Jetzt sind wir da. Ein Jahr vloggen. Ein Jahr! 52. Vlog. Ich trinke hier. Wo steht es denn? Eine Urinprobe, obwohl ich glaube, es ist eine Stuhlprobe. Oh mein Gott! Ich hasse diese Uhrzeit, Junge. Wer kommt auf so einen dummen Scheiß? Ist doch unnatürlich. Der frühe Vogel steht früh auf. Das baut in dem Spruch. Man kann auch was anderes essen als Würmer. Scheiß dumme Vögel. Äpfel fallen ständig vom Baum. Auch Kirschen fallen vom Baum. Hängt nicht mit dem frühen Morgen ab. Zu früh. Bist du dumm? Revo ist mein Deutsch. Brauche ich wieder Packung Deutsch für 5 Geld. Scheiße. Oh endlich, wir haben Donnerstag. Und weil Dönerstag ist, gönne ich mir heute Burger King. Schön. Ja, kommt ein Arbeitskollege her. Hey Kollege, fährst du Spar? Nee, Burger King. Was? Burger King. Was ist das? Burger King. Weiß ich nicht. Was ist das? Dann bin ich gegangen, weil wenn ein Burger King nicht kennt, so, sorry, aber wenn du keinen Anstand hast, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ehrlich. Zedrotl. Burger King nicht kennen. Wo kommen wir denn dahin? Guck dir das Michi an. Also so als Mittagessen für einen Donnerstag, wenn man Freitag frei hat, ist es genau das Richtige. Weil das passiert selten. Das sollte man selten konsumieren, weil es Schrott ist. Aber so gut. All you need is fries. Wer hat Wochenende? Ciao, du dumme Sau! Arbeitskollegen sind was Schönes. Erst wenn du anderen Leuten zeigen kannst, du musst arbeiten und ich gehe heim, erst dann weißt du, was wirkliche Freude ist, was richtige Schadensfreude ist. Es fühlt sich so vollkommen an. So, oder so vollkommen ment. Ich habe schon komische Lebensansichten manchmal. Ich bin was Besonderes. Das ist so schön. Das ist so gefährlich. Tschau, du dumme Sau! Mut gefördert. Ich dachte, ich drehe durch. Oh, da wurde eine Hocken. So eine scheiß undankbare Arbeit. Oh Mann. 20 Minuten für eine verfickte Lampe. Höhlenverstellung. Nicht mehr aufhängen, wie das Ding. Wo sie es? Ein Jahr flogen. Da ist sie die 100% Pünktlichkeitsrate. Oh, baby! Bis nährisch. So lang, oder schon lang nichts mehr durchgezogen. Wake up in the morning feeling like Pete Diddy. Hey, Ich bin's. Mut gefördert. Ja, ich hab Bock. Hi, moin, ich bin's wieder, euer King Julian. Ich will ich gar nicht lügen. Das hat mir persönlich jetzt ziemlich gut getan. Warum schneidest du nicht Flock? Warum wirst du wandern? Bist du dumm? Warum fliegt hier ein Koks rum? Cooler Arbeit, boi. So ein Dummer voll scheiße. Jetzt sind wir da. Ein Jahr flogen. Ein Jahr.